Herzlich Willkommen zu 5 Minuten Achtsamkeit. Für die folgende Meditation komm in eine aufrechte Sitzhaltung, rück so ein bisschen weg von der Stuhllehne, wenn du auf einem Stuhl sitzt, erde deine Füße in den Boden und leg deine Handflächen auf deinen Oberschenkeln ab. Dann atme ein, heb dein Brustbein und mit der Ausatmung entspann deine Schultern. Atme noch mal ein, schaff Länge im Rücken und mit der Ausatmung schließ deine Augen oder senk den Blick Richtung Boden und dann komm erstmal für einen Moment hier an. Nimm deinen Körper wahr, wie ihr jetzt gerade hier sitzt und nimm auch wahr, ob es in deinem Körper Anspannung gibt oder welche Körperteile sich besonders entspannt anfühlen. Nimm das einfach nur wahr, ohne etwas daran zu verändern. Bring dann deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Spür, wie er kommt und geht. Dann schau mal, wo du deinen Atem spüren kannst. Vielleicht als leichten Luftstrom an den Nasenlöchern. Oder auch in deinem Brustkorb, der sich mit jeder Einatmung weitet und mit jeder Ausatmung wieder ein bisschen zusammen sinkt. Vielleicht spürst du ihn auch im unteren Bauch und merkst, wie die Bauchdecke sich mit jeder Einatmung hebt und mit jeder Ausatmung wieder Richtung Wirbelsäule zurückzieht. Und es gibt nichts zu tun, nichts richtig oder falsch zu machen, außer hier zu sitzen und deinen Atem zu beobachten. Atme ein und atme aus. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken abwandern, was uns allen passiert, dann bring deine Aufmerksamkeit ganz freundlich wieder zurück zur nächsten Einatmung. Atme ein und atme aus. Und nimm dir hier noch drei tiefe Atemzüge für dich in deinem Rhythmus ohne Eile. Und dann lass mit der nächsten Ausatmung deinen Kinn leicht Richtung Brust sinken. Mit der Einatmung beginn, den Kopf zu kreisen über rechts und ganz achtsam über hinten, über links und wieder zurück nach vorne. Ändere nochmal die Richtung und kreis mit der nächsten Einatmung über links, hinten, rechts und wieder zurück nach vorne. Und wenn du hier angekommen bist, dann heb den Kopf wieder, öffne langsam deine Augen und komm zurück in den Raum.